Dann möchte ich doch mal eben nachschauen, bei Objekten, Kinder, ob diese Puppe dabei ist. Nein. Was hat es mit dieser Puppe auf sich? Bestimmt, wenn sie irgendwann unser Gehirn fressen. Aber meistens kannst du doch so Sachen auch kaufen. Ich meine, jetzt diese Figuren hier jetzt nicht. Die kannst du nicht kaufen. Das sind Sammelobjekte. Seltenheit gewöhnlich, seltenheit gewöhnlich, seltenheit gewöhnlich. Aber was ist mit ihm hier? Benny Bones. Äh, knall dir mal hin und dann suchen wir noch mal eine Suchleiste nach dem. Weißt du, wie ich meine? Äh. Benny, guck einfach mal Benny an. Da, verschiedene Deko. Ach so, okay. Doch, da ist er. Dieser hilfreichste kleine Kerl eröffnet selbst dem arglosesten Medizinstudenten die Geheimnisse der Anatomie. Aber vergisst nicht, dass er nicht spricht. Es nützt also gar nichts, mit ihm über die Testergebnisse zu diskutieren. Was ist denn das alles rechts daneben? Das ist alles neu. Zeig mal, das ist rechts daneben, das ist links. So. Aha. Ja. Süß. Schadstoffgas. Okay. Ich glaube, es ist Deko. Ach so, ja, das ist Weihnachten, weil ich ja das Weihnachtsding auch hab. Oh je. Werht man? Ja, okay. Dann lassen wir den Benny Bones da mal stehen. Ah, ich verstehe. Stimmt, der hat ja seine Innereien da, deswegen. Ich dachte die ganze Zeit, dass wir ein Zombie. Ja, ich dachte auch irgendwas Cooleres. Also, dass es da vielleicht irgendwie auch ein Freund, ein imaginärer Freund wird. Nein, keine Ahnung. Irgendwann sehen. Den musst du erst mit dem DLC kaufen. Ja, wirklich. So. Boah, wie lange arbeite ich denn? Lange. Bist, äh, 0 Uhr. Also, du hast jetzt gleich Feierabend. Yay. Ey, wenn das jetzt... Warum ist meine Leistung runter? Nee, die ist schon gestiegen. Die war vorher hier und jetzt ist sie hier. Und du hast deine Videospiele nicht gespielt, obwohl ich gesagt hab, dass sie ausgebaut werden. Oh, shit. Aber vielleicht reicht's trotzdem. Das gibt es doch nicht, Alter. Aber... Wieso ist denn das nahezu unmöglich, den Shit noch zu schaffen? Nee, das ist nicht nahezu unmöglich. Das schaffen wir noch. Ich verrenke bald. Ach, Földefanz. Machst du erst mal einen schönen Grillkäse und dann gehst schlafen. So. Die haben alle sozialen Mangel gerade. Wir müssen den Familienrat einnehmen. Ja, wir haben ihn ja noch zusätzliche Hausaufgaben machen lassen. Bis nachts um 0 Uhr. Naja. Ja, so ist das. Immer alles auf den letzten Drücker machen. Du hast noch irgendwie was... Wie heißt das doch gleich? Ähm... Hier ein Vortrag. Wie hießen das? Immer Referat. Hat sie noch ein Referat? Frechnell davor. Ernsthaft? Schon mal gemacht, ja. Nee. Vielleicht den letzten Shit auf die Karte geschrieben, das ja, aber... Gerade, improvisieren, Junge. Das ist die größte Kunst. Das Referat komplett improvisieren, habe ich auch schon mal gebracht. Krass. Zwei Minus. Wie war ein Thema, das du wusstest? Ja, zum Glück schon. Aber gut, das war halt freie Themenwahl, ne? Und dann habe ich mir das ausgesucht. Du Schlängel. Nein, liebe Kinder, nehmt euch bitte kein Vorbild, was das angeht. Ihre Präsentation war nicht vorhanden. Ach, nee. Achso, hat sie eine PowerPoint-Präsentation gehabt oder eine Klarsichtfolie für... Boah, Thema Referat, nee. Ihr kennt bestimmt alle die, die dann vor der Klasse stehen, die Klasse angucken. Dann drücken die auf ihren Knopf beim PowerPoint, gucken auf die Präsentation, lesen diesen Satz 1 zu 1 ab, sagen in diesem Satz 3x und 4x am und 6x halt, drücken wieder auf ihren Knopf und lesen die nächste Folie ab. Und so geht das dann durch bis zum Ende. Ja, und das ist genau falsch. Man soll eigentlich ja nur Schlagwörter auf den Präsentations... Ja, irgendwie drei Zeilen oder so maximal, glaube ich. Da gab es Regeln zu, das weiß ich. Ja, ja, genau. Es sollen, wenn es halt irgendwie sowas so ein bisschen mehr als ein Schlagwort ist, es können mehrere Schlagwörter sein. Die macht nichts. Aber mir geht es primär eigentlich um den Präsentierstil, nicht um die PowerPoint-Präsentation als solches. Ja, ja, aber das ist ja deine Begleitung dann. Dieses freie Vortrag, das ist schlimm, wenn das nicht gegeben ist, ne? Also gut, wenn ihr das noch nicht könnt, ist das ja nicht so schlimm, aber das ist eine Sache, die hilft einem weiter, wenn man das hat. Also, als ich meine Ausbildung damals abgeschlossen habe, hatte ich hier auch eine Präsentation und wir haben die komplett frei vorgetragen. Warum? Weil es ein Thema war, was wir halt selber gemacht haben in der Praxis, sage ich jetzt mal. Ja, und worüber kannst du besser reden als über etwas, das du sowieso schon erlebt hast. Da gibt es ja nichts, wo das Einzige, was dann ein bisschen schwieriger war, wenn es dann in die fachliche Richtung, in die Fachlichkeit ging. Wenn du irgendwas erklären musstest oder sowas, wo du ein Buch nachschlagen musst, sowas dann auswendig lernen. Aber wenn du dich auch damit auseinandergesetzt hast, geht das auch voll klar. Und fachchinesisch hat man ja in jedem Bereich, egal welchen. Also schlimmer waren für mich wirklich immer Prüfungen, wenn ich schreiben musste. Das war für mich immer schlimmer. Immer schlimmer. Immer schlimmer. Genau wie der gute, wie hieß er doch gleich hier, der Bengel, der Find ist das Find? Fini, die haben heute gar keine Schule. Wofür habe ich eine Zusatzaufgabe machen lassen? Hätten sie mir ja immer sagen können. Einfach aus Prinzip. Schon mal dran gewöhnen, das harte Leben. Du musst irgendwann in die Fußstöpfen treten. Hört sie in der Hand. Den inspirierenden Klumpen. Sie sind sehr alt für dich. Ist ja auch. Ich habe Kacke. Super, oder? Ja, wir müssen heute mal ein bisschen vielleicht mit denen mal rausgehen auch, oder? Nee, draußen ist ja ein Kutsch. Wir sind nur immer hier mit denen zu Hause. Du musst in drei Tagen erst wieder arbeiten. Das Ding ist irgendwie, es gibt so viele Interaktionen, die alles vollstopfen, dass man gar nicht dazu kommt, überhaupt irgendwas zu... Ja. Also ich persönlich finde, dass diese Leisten sich extrem schnell füllen, dass du dadurch fast nur beschäftigst, bis irgendwelche Bedürfnisse aufzufüllen. Ja, das stimmt teilweise schon. Das ist richtig. So, ein Instrument spielen möchte sie. Okay. Sie soll aber jetzt erstmal eine schnelle Mahlzeit leisten und mal wieder Cerealien. So, Monazen. Das klingt dann halt sich nur von Chocopops. Ja, so ungefähr. So, ich soll mal aufräumen. Jawoll. Es ist offiziell, der Haushalt ist doch gut. Ja, den können wir aber ersetzen, weil das ist ja... Ja, sie fühlt sich halt direkt unwohl. So. Ja, weil der Boden nass ist. Ach, guck mal. Duschen. Und damit dein Spaß gefördert wird. Spielen. So. Ich bin ja egal, Herr. Er macht sich was zu essen. Luina, du könntest dir eigentlich mal was anziehen. Was ist denn ein Putzbein gewesen? Ja, dann flitzt sie durch die Wohnung, glaube ich, wenn ich mich nicht irre und räumt halt alles auf. Ja, so. Was sie findet. Und da freut sie sich sogar drüber. Hat sie hier die Schüssel unter der Nase weggenommen. So, okay, reicht. Sie hat Spaß dabei. Ja? Ja. Schick mal auf sie drauf. Da ist gerade die Spaßleistung gegangen. Ja. Die hat sich ja... Ja. Ist sie denn, äh, als Trey, ist sie denn im Rund? Ja. Bisschen. Äh, Fini, du stinkst. Hast du das ins Auge gekriegt? Dein eigener Gestank. Angespannt wird... Äh, verzweifelt ist sie noch nach Spaß. Ah, okay. Ja, das heißt, in drei Stunden wird es noch schlimmer. Äh, Fräulein? Was denn? Gehst du einfach an den PC von der Mama? Von der Frau Mama? Von der Mama. Ich hab nicht gesagt von der Frau Mama. Ich hab... So. Ich hab Hunger. Du hast Hunger? Schon. So anbrüllen, beleidigen, das klingt doch spannend. Tag wahrscheinlich. Du könntest doch einfach mal mit deinem Sohn ein bisschen quatschen hier. Um den A-Probe bitten. Tu es. Ja, das ist cool, weil dann können wir da bestimmt auch später dran forschen. Hey, wir klonen unseren Sohn. Vielleicht klonen wir auch lieber dich. Äh, ich weiß nicht. Okay. Hey, du bist gar nicht mein Sohn. Lui hat eine DNA-Probe von Finn erhalten. Hä, wir haben Geld drauf bekommen? Achso, ich dachte schon. Das wird immer weniger mit den Büchern. Ich glaub, das verkauft auch bald. Ja, das ist ja quasi so echt. Irgendwann kauft den Scheiß keiner mehr. Meinst du? Ja. Dann wird so verscherbelt auf so fünf... Freut sich sein mit Wühltäuschen oder bei Ebay oder so. Ich will mal einen A-Ban sehen. Ja, dafür müssten wir, äh... Brauchen wir eigentlich Logik bei unserem Beruf? Das geht ja kaum noch mehr über diese Punkte, ne? Ja. Es gibt eine Option, dass es kann halt passieren, dass du nach wie vor von Außerirdischen entführen werden kannst. Und was erhöht die Chance? Indem du halt durch so einen Kram durchguckst, ne? Das Ding ist, ich wüsste gerne, wie komme ich denn ins All? Wie kann ich denn Aliens besuchen denn? Ich glaube, durch die Wissenschaftskarriere. Kann ich mir nur vorstellen, auf einer Höhenstuhlverweise. Aber das sieht ja bei uns sehr mau aus. Ja. Ist echt nicht gerade einfach, in der kurzen Lebenszeit aufzusteigen. Ja, stimmt. Ja, gut, wir haben jetzt auch ein bisschen, ne? Noch Kinder zwischendurch. Wir haben Riesenhahn, das sind schon wieder. Vier Mann finde ich schon echt heftig. Ja, gut, bald stirbst du ja. Dann werden wir auch wieder weniger. Nein. Die Frage ist ja auch, mit wem wollen wir später weiterspielen? Irgendeine von beiden muss den Laden auch drauf halten. Na, ist halt so die Frage, wie, womit lebt es weiter und so weiter und so weiter und so, mit wem ich mir weiter. Bleiben wir mit beiden. Oh, jetzt hört auf zu reden, du verschämst deinen Sohn nur. Mann, ey. Gibt's nicht, oder? Das war das Barriere, nicht für tausend. Ja, aber er muss duschen. Ja, das gibt's auch. Ja, ist halt so, so. Oh, der gibt die tausend Dollar aus, ich glaube doch mal nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, muss halt. Ne, man kann nicht immer alles nur reparieren, reparieren, reparieren. In diesem Haushalt geht halt alles kaputt. So, Luina spielt hier mit ihrem nicht vorhandenen Gegenüber mit Puppen spielen. So, okay. Jetzt haben wir jetzt hier gerade einigermaßen, ne, auch nicht. Och, ist das nervig. Was könnten wir denn mal machen? Wir könnten eigentlich mal ein paar Freunde besuchen gehen. Oder dafür sorgen, dass wir noch die Stufe aufsteigen, was wir uns vorgenommen haben. Welche Stufe? Ja, Karriere. Ja. Tiger, dafür müssen wir halt arbeiten gehen, ne? Ja, aber dafür können wir vorher noch die Sachen erledigen. 75 Prozent zum Beispiel. Bist du ja schon dabei? No. So, abgeschlossen, oder? Jetzt können wir Freunde besuchen gehen. Jetzt können wir Freunde besuchen gehen. So, Finn. Aber wir sind nicht gerade... Mit wem gehen wir denn? Ich weiß nicht. Was kennt Finn denn? Unser Daten versauert auch, ne? Oh, Nusha! Ja, ist halt jetzt tragisch. So. Ähm, lassen wir ihn mal... Aber ich wollte ganz gerne eigentlich mal mit dir vielleicht... Ja. Du konntest mal einen Bürstie besuchen. Oder den Urst. Ja, wir gucken mal, wie's Bürstie geht. Na gut, ich soll dann noch schnell Mahlzeit essen. So. Warum setzt du dich nicht hin, kleiner Freund? Was ist denn mit mir? So. Was macht sie denn? Nichts. Geht schon wieder Hunger aus. Komm, wir müssen arbeiten. So. Klar, sollte ich mal schnell nach Hause essen und dann... Gehen wir mit dir mal rüber. Hier ist Bürstie, ne? Ich weiß es nicht. Kipp mal drauf. Aber da steht auch nicht mehr, wer da wohnt. Ja, das muss Bürstie sein. Ja, weil oben wohnt Urst. Hier in Reisen. Da, äh, da oben wohnt Urst. Ja. Ja. Und daneben ist ja unser Laden und dann noch irgendwelche Random Nachbarn. Die man nicht kennt. Die man auch nicht zu kennen braucht. Random. Die nicht von uns dahin platziert wurden, ne? Hätte ich nicht. Nö, wohne nicht. Also Urst und Bürstie schon. Bürstie müsste da jetzt nicht auch alt sein. Ja, da müsste bald Zeit sein für ihn. Also schauen wir mal. Und Hendrik ist bestimmt schon erwachsen jetzt. Da ist er. Die alte Luftpumpe. Freundlich vorstellen. Kennt ihr? Oh Gott. Future und Bürst, da kennen sie sich noch gar nicht. Da ist er. Jawohl. Auch alt geworden. Ihr kennt euch. Ich weiß ja noch nicht. Nee, nicht mehr. Weil ihr so lange nicht mehr miteinander zu tun hattet. Jetzt mal alte Freundschaften auffrischen. Ja, auf jeden Fall. Alter Lachs. Ja, der wohnt ja Dekadent. Nee, das wird uns gerade nicht angezeigt. Weil er uns noch nicht nach drinnen eingeladen hat. So, bitten in die Wolken zu schauen. Okay. Richtig. Klopf, klopf, witzig. Oh, das geht aber nicht unbedingt zügig von Starten hier, ne? Nicht sonderlich, ne. Aber der Bürstie müssen wir mal, äh, Future, der fand, was, äh, Bürstie in Rente ist. Das hat sich gegönnt. Der alte Rennauper. Ich höre sie trotzdem gerne, aber jetzt nicht zufällig doch noch sieben Kinder hat oder sowas. Kann man das nicht irgendwie erfahren? Über Familie fragen oder so? Nur wenn wir jetzt bei ihm in den Haushalt gehen würden und dann halt Stammbaum... Hm, ne, gar nicht, würde man auch nicht. Es gibt doch... Es gibt den Stammbaum ja gar nicht mehr. So, der wurde nachgeführt. Den gibt's wieder. Bist du dir sicher? Ja, ich glaub schon, ich hab das überhaupt irgendeine Seite gesehen. Doch, hier ist er. Der wurde nachgepatscht, quasi. Ach lol, guck mal. Weil wir nicht verheiratet sind, glaub ich. Wie? Ja, wenn du jetzt... Ja, für dich gibt's nur die beiden. Ja, moin. Bruder. Ja, da haben wir doch, doch, da haben wir doch den Dings. So, wir wollen zumindest gucken, dass ihr zweimal wieder Freunde werdet, oder? Blablablablabla. Blablablabla. Blablablabla. Ah! Neben seinem Bengel würde ich mal sehen, wie er jetzt mittlerweile aussieht. Ja, wenn Henrik zu Hause ist, ne? 16 Uhr müsste eigentlich da sein. Du fängst ja zum Beispiel auch erst an zu arbeiten. Ne? Ach, da ist er. Ja, ne, er ist aber noch Teenie. Ausbeleidigend, das Dinger. Ach du, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du noch so klar. Ja, das stimmt wohl. Kennen sich Hendrik und... Hendrik und Finn eigentlich? Weil das müssen wir eigentlich... ...Pros sind, ne? Ja, klar, als Plagen haben die doch vorgespielt. Ja, als Bucky... ...als bei Buckingham Watt Arbeit. Ja, als Ja-Zeichen, weil noch keine Berufsführer in deinem Berufs-Bretno. Sambo-Yelps? Ich weiß nicht. Ja. Oh! Ja, geil. Okay, kannst du der Vater? Nein, Spaß. Ja, also hier in diesem Haushalt, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt... Da geht's richtig ab. Ja, das ist ja sonst nicht weiter ausgelegt dafür. Hätte man da eher Urs damals einziehen lassen sollen. Ist halt eher so ein Single-Haus. Das reicht ja auch für Vater und Sohn. Absolut. So, aber dann gehen wir doch mal... Ja, wir müssen mal mit Finn rübergehen demnächst. Ja. Und dann gehen wir nochmal zum Urst. Heute mal ein paar alte Freunde besuchen. Aber der müsste noch nicht erwachsen sein, ne? Äh, beziehungsweise Rentner sein, oder? Der ist ja später gekommen. Ja, Urst ist ja auch an sich jünger. Aber, äh, ich glaub, der ist auch schon auf jeden Fall erwachsener. Aber ich glaub, der wird erst ein bisschen nach euch. Alt. Mist, das... Vielleicht so mit mir zusammen, oder so. Ich weiß es nicht. Ne, erst mal später gemacht, glaub ich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. So, Justice! So, klopfen wir mal. Hallo? Kaff, klopf. Who's there? It's me, I kill you. Hallo, Chica. Sieh zum Beispiel noch Junge, Erwachsene. Die ist echt verdammt hübsch geworden, ne? Er hat einen Blach. Ich glaub es ja nicht. Zwei? Zwei? Oh mein Gott, die haben Zwillinge. Ich glaub's nicht. Alter, knackig. Nein, Zwillinge. Du hast der alte Wälder, hat sie sich doch noch gegönnt. Und Zwillinge auch noch. Verbauchen, oder? Oh nein. Ich weiß es nicht. Hallo, Fremder. Ich geh mit deine Kinder. Ja, kein Problem. Ich hol dir mal was zu trinken. Ach, Future kennt sich ja aus mit Kindern. Dann müssten wir dann dadurch doch jetzt erfahren, was es ist, oder? Ne, ich glaub, diese Matschhofen werden nicht angezeigt als Sims. Doch, klar. Felix? Ah, jetzt noch gespannt, ob's eineige sind. Da können sie auch... Oh, lol, du kannst das Kind einfach... Fabio! Felix und Fabio, die zwei Rabauke, ne? Zwei Jungs, tatsächlich. Wie schwitzig. Wie schwitzig. Schwitzig, aber vor allen Dingen stehen die ganz schön scheiße. Aber gut. Oh, das hast du ja mal ordentlich reingebaut. Ja. Da hat er Zwillinge. Hat die Sexy Lexi ihn? Zwillinge verpasst. Felix, Rocks. Heißt Ostern... Aber, lol, die sind nach Dingensge... Äh, ne? Nach Mutter heißen die, ja. Oh, weil die nicht... Weil die nicht, äh... Zeiratet sind. Als Verbreche bei Flintenweiber? Pff, okay. Backpfeife geben. Haha, wie witzig. Hä, bam. Oh, die beiden verstehen sich super. Ja gut, die Altersbarriere, ne? Ja, natürlich. Ich meine, du bist ja jetzt alt... Ah, das ging wieder. Ja, ich würde sagen, den Fabio heben wir auch noch kurz hoch, dass der in der Liste ist. Ja, ist die Frage, ob er da drin bleibt, ne? Ich meine... Ich, das... Keine Ahnung. Reden wir mit Fabio. Ja, moin. Das Monster kommt bald. Das Monster kommt bald. Oh, jetzt hat er sich schon verscherzt mit dem Kleinen. Warum sagt das Baby sauer auf ihn? Das ist schon eine Kunst. Ja, super. Schön, Future. Am besten würde ich jetzt sagen, gehst du mal nach Hause. Bevor es immer wird, ja. Oh, ja. Bevor es Eier legt, wollte ich gerade sagen. Oh, Mann. Was ist das denn? Äh, Lexi? Ah, top Figur wieder, ne? Oh. Sieht ein bisschen mottig aus. Hm. Hallo. Der Blick von der Ollen.